hallo und herzlich willkommen ich bin natürlich auf die hat nach dem ticket und habe heute das spiel ganz oft glory viel spaß ok und da bin ich wieder ja es war nicht mein richtiger account aber ist auch einer von meinen accounten bei meistens habe ich die spiele immer über google play und einfach über facebook nur heute macht facebook wieder auf die probleme ja dann spieler hat das über google play warum macht facebook denn immer probleme die kater schon gehabt bei instagram bis heute war meiner frau nachschauen bei instagram weil sie ja gerade in indonesien ist verbesser ach so ich brauche Bücher, Bücher kosten Geld, ich brauche nur ein Stück. 1 kostet 5 Gold, ich habe 390 Gold, boah das kann mir auch Kramus so im Pleist. Ja, auf jeden Fall Facebook macht bei mir heute auch ein bisschen Probleme, nicht schlimm. Dann spiele ich heute meinen anderen Guns of Glory Code. Ok. Ich habe schon viel heute erledigt. Ich habe mir zwar noch gar nicht so viel vor, aber gut. Ich glaube meine Deutschlandmütze ist ein bisschen klein, ich habe immer das Gefühl, dass ich so eine Kindermütze auf habe. Ah, egal, diese Woche habe ich sie auf, danach gebe ich sie mit zu meiner Frau, wenn sie wieder da ist. Hm, die beiden sind drin. Ich habe mich gesehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Was mache ich hier eigentlich? Okay, davon nochmal einen und davon nochmal einen. Komm, davon nochmal einen. Davon machen wir zwei Stück. Okay. Fair enough. Fair enough. Okay. Ein Bettel. Puh, da habe ich viele gefunden. Hier ist ein Grau, der ist Lilla. Einbitten. Da ist noch etwas. Entferne. Den habe ich rausgeholt und einbitten in den rein. Schön. Haben wir das jetzt auch geklärt. 210 Punkte gekriegt. Schön. Okay. Was müssen wir jetzt machen? Oh. Eilen. Das dauert noch. 26 Minuten. Das dauert noch. Das dauert noch. Hope. 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 What haben wir denn hier noch? ich will macht mehr macht und für drei aufgaben noch nicht ganz gleich sind wir da ja was auch ein spiel ich glaube dass das gleiche akkord mein da ist die muschel da ist die muschel was schula die hat geschummelt mensch bin ich schlecht heute spitz aber schon schlecht ich glaube mein account von instagram und facebook sind doch die gleichen ich weiß es nicht jede ahnung ich muss jetzt erst mal ein paar leute ausbilden kann nur eins gibt es nicht kann nur zwei gibt es gleich über facebook ich weiß ja nicht wie ich da hieß bei meinen accounts wer weiß denn das 00 ich glaube bei dem facebook hat ihn aber auch schon weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht ausbilden forschen kommt gleich erst mal hier aus so 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 Ich habe 30 kostet einer. 3 x 15 sind schon so viel, genau so viel. Wir wollen sieben halt. Wir wollen erstmal alles haben. Erstmal. Keine neue dabei. Nochmal. Zwei. Zwei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Der letzte. Der letzte. Der letzte. Aber könnte ich doch, das höre ich mir fürs nächste Mal auf. Forschen. Forschen. Akademie. Entwicklung. Wo ist denn. Bauern. Schnell. Forschungsgeschwindigkeit. Schnell. Da muss ich hin. Und da muss ich hin. Und da muss ich hin. Zumindest so wie ich spiele. Vielleicht einmal im Monat. Obwohl. Letzte Woche hatte ich auch gespielt. Ich meine letzte Woche hatte ich auch ganz oft glory als tagesziel einmal gehabt. Naja. Wir brauchen. Wie schnell wird denn da gegessen bei mir? Ich habe so viele Leute. Ich muss in den Krieg ziehen. Damit ein paar Leute sterben. Eine Muschel. Ich habe da noch ein Geschenk für sie. Ein Geschenk für dich. Noch. Noch ein. Noch ein Geschenk brauche ich. Beim nächsten Mal habe ich dich. Uh. Ah oh. Jo. Einsetzen. Hm. Der ist 445. Der ist 600. Einsetzen. 445. Die ist 500. Die Waffe noch. Der ersten Kanone. Okay. Jetzt sind meine Stärksten und Stärksten drinne. Und ich kann krampfen. Krampfen. Zappelin. Bam bam bam. Hm. Sie sind kaputt. Schlosslevel muss auf 11 sein. Oops. Ich weiß nicht. 275. 276. 275. 275. 275. Ich habe doch genug. Ich habe 2 Meter, ich brauche nur 2,75 Meter, ich muss auf Schloss Level 11 sein. Was haben wir denn hier noch? Egal, nichts, und dann freischalten und auch nichts. Was ist das? Spendung. Ich habe zu wenig Unterweltschlüssel. Davon brauche ich noch ein paar wahrscheinlich. Hier steht, kann geöffnet werden. Nicht draufzütteln, Tor öffnen geht nicht. Du hast einmal gespendet. Wie ist es, Bruder? Ach, da war ich doch gerade schon. Oder? Was haben wir hier? Ich finde das war eine gute Sache. Trauer. Auch wie keine Lust dieser Trauer. Ey. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, mal was so hier, Shane. Und hier, okay nix, alle löschen, alle löschen. Ah, okay. Kann ich das schlussend schon auf elf machen, verbessern? Nein, die Mauer muss noch verbessert werden. Dann machen wir die Mauer fertig. Ach, noch nicht weiter. Nein. Komm, wir gehen an meines Verlies. Bin, bin, bin. Weiter erkunden. Also, er ist da stehen geblieben, wenn ich das letzte Mal war. Er hat halbe Leben noch. Ich weiß nicht, ob das reicht für den letzten Kampf. Schauen wir nach. Der letzte Kampf. Das war jetzt. nicht geschafft die kreatur wo konnte ich denn die dass meine kreatur kreaturfähigkeiten gemeistert gemeistert da bin ich ja wirst du zur kreatur ach mensch ich doch nicht ganz raus ausgerüstet zur waffenkammer ach ich hab nur das ganze was sie ausgerüstet haben so 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 okay talent punkte so 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 ich denke mal zwölf mal plünen bestätigen so 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 se so substitut so im drun habe ich alle aufgemacht du 政 Ich weiß nicht, wie es es ist. Note. Schöpfe 18.09. Lendt. Explicit. Sonntag. Massimo. Handeln soll ich? Ja, ich denke mal, das war es, denke ich mal so. Hier können wir noch einmal ein Plum Plum machen, eine Beschwörung, die haben wir auch schon. Noch ein bisschen Nahrung einsammeln, weil meine Leute sind ganz schön viel. Okay, ich würde mal sagen, das war es dann schon für heute. Keine großen Kämpfe gemacht. Ah, drei Drohnen aufmachen. Hier. Hier. Kreatur, 30 Mal. Wow. Nice. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Hm, verwenden. Schim. Ich bin doch kein Level 30. Ach, ich bin total ruhig. Stimmt, beim letzten Mal habe ich hier das eine davon angewendet, ne? Mein Schloss ist doch kein Level 5. Gucke ich mir mal Königreis an und sah, wie es aussieht. Hm. Ganz normal. Ich bin von dieser Gehlder umsingend. Naja, egal. Gut, dann würde ich mir sagen, das war's für heute. Und ich mein Ding geht ab und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn auch Dix Marie dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.